Yo friends, willkommen zu meinem ersten Video hier auf diesem Kanal, also von MSP. Ähm, heute möchte ich euch erklären, warum ich damals meinen YouTube-Kanal gelöscht habe und auch noch andere Sachen klären. So, ähm, ja, fangen wir an mit, warum habe ich damals mit YouTube aufgehört. Ähm, das sind sehr viele Gründe, also nicht, weil ich ideenlos war oder so. Oder keinen Bock mehr hatte, sondern, ähm, ich musste dann umziehen und Umzüge sind nicht gerade einfach. Zumindest wenn man von seiner Heimat, wo man einfach 18 Jahre quasi dort gelebt hat. Ähm, ja, ist schon kritisch. Ähm, dann eben, weil ich dann vorübergehend bei meiner Schwester gewohnt habe und das da auch nicht so wirklich einfach war, weil ich ihr immer geholfen habe. Ich habe das auch gerne getan. Ähm, nur habe ich dann irgendwann angefangen mit Arbeiten und dann habe ich mir eine eigene Wohnung gesucht. Und, ähm, ja, musste mir erst mal meine Wohnung aufbauen, die ist immer noch nicht wirklich fertig, weil ja dann Corona kam. Und, ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich noch fertig werde mit meiner Wohnung. Ähm, ja, aber das hindert mich jetzt nicht mehr so daran, wieder Videos zu machen, wie man sieht. Ja, auf diesem Kanal wird es wieder gestörte Videos geben, so wie auf meinem alten Kanal. Weil, nur heute wird es halt eben nicht gestört, sondern etwas ernst. Ja, als nächstes möchte ich über meine Verlosung reden, die gerade noch am Laufen ist. Ich habe mich dazu entschlossen, ähm, das so zu machen. Für die, die auch einen YouTube-Kanal haben, die können mir gerne, äh, die können mir, die können mich gerne abonnieren und einen Kommentar schreiben. Explizit geht es eigentlich nur um den Kommentar, falls ihr mitmacht. Also, hier seht ihr, was ihr gewinnen könnt. Ähm, und für die, die eben keinen haben, können, entweder in Instagram oder in MSP, ähm, ein Kommentar absetzen. Das bedeutet nicht in MSP, dass ihr mir privat schreiben sollt, sondern in dem Artbook, was hier eingeblendet ist. Ähm, ja, das müsst ihr einfach nur kommentieren. Liken wäre natürlich auch süß. Ähm, und dann, seh, und in Instagram werde ich nachher ein Bild posten, wo es explizit auch um die Verlosung geht. Ähm, ja. Also, nicht vergessen. Und die Verlosung wird bis zum 31. Oktober gehen dieses Jahres. Und ich freue mich über wirklich viele, die mitmachen werden. Ich werde darauf, äh, ich werde auch in mehreren Videos noch dazu, ähm, das einblenden oder so. Oder das Video verlinken. Ja, ich verlinke, glaube ich, das Video hier. Ähm, ja. Das war's eigentlich schon mit dem Video. Ich möchte jetzt nicht so viel labern. Nicht so wie die anderen Male. Denn irgendwann kommt einfach nur noch Fratzengulasch aus meiner Fresse. Und darauf hat keinen Bock. Äh, darauf hat keiner... Kein... Goodbye. I love you very much.